Pandemie, Kriege und Energiekrise, sie treffen auch das Theater, die Theater. Das Publikum zögert, bleibt teils dauerhaft aus. Privattheatern droht sogar Insolvenz. Der Deutsche Bühnenverein hat im Rahmen der Weiterentwicklung des Kulturprogramms Neustart Kultur 5 Millionen Euro zugesichert bekommen für ihr Back-to-Stage-Programm. Denn Aufführungen sind im Jahr 2020, 2021 um 70 Prozent zurückgegangen, die Zahl der Zuschauer sogar um 80 Prozent. In unserer Serie über das Publikum habe ich mit dem Schauspieler, Kabarettisten, Autor, Fernsehmoderator Harald Schmidt gesprochen, der insbesondere durch seine Late-Night-Show-Formate einem großen Publikum bekannt wurde. Ihn habe ich gefragt, ums Publikum muss man jeden Abend kämpfen? Natürlich. Das Publikum hat immer recht. Das Publikum zahlt Eintritt. Die Menschen auf der Bühne erheben den Anspruch zu unterhalten, zu belehren, aufzurütteln, was auch immer. Und das Publikum muss jeden Abend neu gewonnen werden. Machen Sie einen Unterschied, ob Sie auf einer Bühne des Komödchens stehen, ob Sie eine Bambi-Preisverleihung machen, ob Sie Tschechow spielen oder eine Traumschiff-Episode einspielen? Ja gut, Tschechow spiele ich ja nie. Der einzige Unterschied ist der Raum. Das Handwerk ist ja immer dasselbe. Es geht immer darum, das Publikum für sich einzunehmen. Man muss dann aber auch wissen, wie es so im Theater heißt, wozu man geladen ist. Eine Bambi-Verleihung hat einfach einen anderen Anspruch als ein Kabarettabend. Und im Traumschiff spreche ich ja Texte, die ein Autor liefert. Da ist nicht viel mit kreativer Gestaltungsmöglichkeit. Da muss man sich disziplinieren. Ja, das ist ein Handwerk. Das ist der Beruf. Ich habe auch gar kein Interesse, wie es viele Schauspieler machen, über die Texte zu diskutieren. Ich exekutiere die so, wie sie geliefert werden. Soll man so wie Handke 1966 sein Publikum beschimpfen? Das hat sich ausbeschimpft. Es ist ja auch bald gar nicht mehr genug Publikum da, um beschimpft zu werden. Und wenn Sie sich das auf YouTube angucken, diese Publikumsbeschimpfung, da saßen die Damen ja noch in Erzjäckchen und mit Perlenkette drin. Die Zeit ist ja vollständig vorbei. Also das Publikum lässt sich ja auch gerne beschimpfen, wenn es von der Bühne her sehr gut gemacht ist. Aber jetzt zu glauben, man könnte noch in irgendeiner Form provozieren, das ist naiv. Sind Sie gern Publikumsliebling? Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich habe auch das Glück, bei allem, was ich jetzt mache, sind die Veranstaltungen ausverkauft. Das liegt aber daran, dass das Publikum bei mir genau weiß, was es zu erwarten hat und genau aus dem Grund kommt. Ich selber sehe mich ja in so einer angelsächsischen Tradition. Das heißt, ich muss den Laden immer auf eigene Rechnungen vollkriegen. Also ich war sehr überrascht, als sich unsere Theater plötzlich selber in der Corona-Krise für systemrelevant erklärt haben. Als ich auf der Schauspielschule war, ging es darum, das System fertig zu machen aus Theaterkreisen. Also hat sich doch ein bisschen was gewandelt. Ich habe zur Vorbereitung eine zehn Jahre alte Serie Ihrer Playmobil-Geschichten antiker Klassiker geguckt. Und zwar die mit Oedipus. Fürs intellektuelle Publikum haben Sie sowas gemacht. Da würden Sie wahrscheinlich auch die Heimatsschlacht von Kleist oder den Nathan nachspielen wollen. Zu gleicher Zeit, aber wir haben es schon erwähnt, machen Sie auch fürs breiten Publikum. Da gibt es keine Berührungsängste. Beides machen Sie gleichermaßen gern. Ja, natürlich. Also ich sehe mich in der Tradition, um mal ganz den Ball flach zu halten, von Sir Lawrence Olivia, der einfach gefragt wurde, warum haben Sie denn diesen Film gemacht? Und die Antwort war, mein neuer Rolls-Royce war teurer als erwartet. Und ich habe auch kürzlich nochmal das Interview, das sehr empfehlenswert ist, gesehen, was Günter Gauss mit Gründgens geführt hat. Wo Gründgen sagt, ich spielte, was zu spielen war. Also überhaupt ein grandioser Satz. Ich meine, dieses Künstlergetue hat sich auch ein bisschen erledigt, weil der Markt zu hart geworden ist. Aber zu sagen, ich suche mir meine Rollen sehr genau aus, passt das zu mir und so weiter. Das war nie mein Ding, sondern mittlerweile ist ja, wie ich es schon zu Tode geritten habe, die Devise, Drehort geht vor Inhalt. Es ist immer ein Beruf, der erledigt werden muss. Poirante geht vor Freundschaft, habe ich von Ihnen mal gelernt. Das ist ein Job, der abgewickelt werden muss. Heinz Schroth hat mir mal sehr einfach gesagt, weißt du, viele Auftritte, viel Honorar, wenig Auftritte, wenig Honorar. So ein Credo des Freiberuflers. Ja, also das Geld steht jetzt bei mir nicht im Vordergrund für den, was ich auf der Bühne mache. Aber ich hatte auch lange Zeit ganz klar Existenzängste. Also mindestens 15 Jahre lang am Anfang, als ich losgezogen bin, auf eigene Rechnung aufzutreten. Und das bestätigen einem viele. Im Grunde geht das nie ganz weg. Das ist auch eine ganz gute Basis eigentlich, weil es den Motor am Laufen hält. Und weil es auch immer für so eine gewisse Grundspannung sorgt. Vor acht Wochen, da haben Sie, ich glaube, der Berliner Zeitung gesagt, mich interessieren am Theater keine Projekte. So ein Abend Moliere-Barriere nach Bakunin und Frank Kastorf reloaded, wäre, glaube ich, nichts für Sie, ne? Doch, den hat ja Kastorf gemacht. Das Problem ist, dass wir natürlich viel Kastorf sehen müssen von Leuten, die nicht Kastorf sind. Das ist ja immer das Anstrengende. Das ist so, wie Steven Soderbergh gesagt hat, bei der Premiere von Pulp Fiction wusste er, dass wir jetzt 20 Jahre Pulp Fiction sehen müssen von Leuten, die es nicht können. Mein Kastorf-Abend würde ich mir fünf Stunden antun, aber das ist schon einer der wenigen, wo ich überhaupt nochmal ins Theater gehen würde. Denn ich lebe schon, was Theateraufführungen angeht, in der Vergangenheit. Also ich habe so viel Hervorragendes gesehen. Das genügt mir und ich bin jetzt nicht mehr bereit, mir irgendwas reinzugucken. Also wo ich sicher nicht reingehe, wenn es heißt nach, Antigone nach. Das interessiert mich. Entweder ich will Antigone sehen oder ich bleibe halt gleich zu Hause. Habe ich gerade mit meinen Kindern, gerade mit denen zu Hause alleine privat gelesen. Antigone? Sie lesen mit Ihren Kindern Antigone? Ja, natürlich. Wir spielen das auch. Das ist aber ein strenges Regiment. Wer daddeln kann, kann auch Rilke und Ben auswendig lernen. Ich meine, Rilke und Ben, eine erfolgreiche Pointe von mir auf der Bühne ist, dass eine Bekannte mir gesagt hat, hat sie, hat der Tochter gesagt, das Gedicht ist von Ben und die Tochter fragt, wer heißt er mit Nachnamen. Also ich würde mal sagen, Rilke und Ben ist ein sehr, 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 sehr handverlesenes Publikum mittlerweile, das überhaupt die Namen schon mal gehört hat. Mich interessieren am Theater keine Projekte. Bei dem Satz bleiben Sie. Ja, natürlich. Weil das heißt ja immer, ich gehe ins Theater in erster Linie, weil ich Schauspieler sehen will. Und zwar grandiose Schauspieler. Und Projekt heißt ja meistens, man wagt sich an ein Thema ran, zu dem man keinerlei Kompetenz hat. Ja, also ich habe das in Stuttgart ja früher erlebt, da wurde Chorisch gesprochen mit Laien. Da wurde so der Daimler-Benz-Vorstand angegriffen. Der Daimler-Benz-Vorstand saß unten und strahlte im Grunde aus, wenn es euch interessiert, kann ich euch mal die richtigen Zahlen geben. Ja, also die Sümmchen, über die ihr euch da echauffiert, dafür verlassen wir nicht mal die Tiefgarage. Und insofern ist das dann für mich uninteressant. Da kann ich auch ein Buch lesen. Jetzt haben Sie mir gerade das Stöckchen hingehalten mit den tollen Aufführungen. Wir sind nicht viele Jahre auseinander und ich werde geständig. Wenn man einmal 1981 Uli Wildgrüber als Oedipus gesehen hat in der Inszenierung von Gosch oder ein Jahr später Jürgen Flims, Leons und Lena oder Branko Samarowski als Tasso. Der Mäßke wird oft kalt genannt vor Menschen, die sich warm vor anderen glauben, nur weil sie die Hitze fliegend überfällt. Vergisst man nicht, ne? Ne, absolut verkehrt es sich natürlich auch in Erinnerung. Also man sollte auch nicht den Fehler machen, Aufführungen, die als epochal gelten und die aufgezeichnet wurden, sich nochmal anzuschauen. Ich habe bei allem, wirklich bei allem die Erfahrung gemacht, es trägt nicht mehr. Die Zeit ist drüber hinweggegangen. Man muss das im Gedächtnis behalten. Da wird die Aufführung auch immer toller, als sie jemals wahrscheinlich war. Und Theater lebt ja wirklich nur von dem Augenblick, wo es stattfindet. Mich hat das oft fasziniert, wenn man tolle Aufführungen gesehen hat, dann wartet man zehn Minuten, dann baut die Technik schon das Bühnenbild ab und dann ist da nichts mehr. Und das ist das Großartige, dass es eben nur im Moment entsteht auf der Bühne in Verbindung mit den Zuschauern. Schauspieler und Publikum sind wie Herr und Knecht? Man weiß manchmal nicht, wer wer ist? Nein, nein. Also es gibt ja auch so tolle pathetische Formulierungen, dem Schauspieler muss es gelingen, das Publikum in seinen Atem zu zwingen. Da ist aber was dran. Man merkt es daran, wenn man Pausen macht. Das muss man sich natürlich leisten können, eine Pause zu machen. Aber im Grunde ist eine Theateraufführung ja ein imaginärer Dialog mit dem Publikum. Und die Schauspieler kriegen ja auch mit dem Hinterkopf mit, was unten im Zuschauerraum los ist, wer wie reagiert. Also so eine Art drittes Auge. Imaginärer Dialog gefällt mir. Ich paraphrasiere in drei sehr einfachen Worten, was Boto Strauß über eine ganze Seite schreibt. Im Theater lernt Publikum und die Bühnenarbeiter Figur zu machen. Eine, die sie vorher nicht hatten. Das ist mir zu intelligent. Ich begreife ja Boto Strauß Sätze gar nicht. Also ich meine, ich habe zwar seine Stücke gesehen in Stuttgart, die haben mir auch sehr gut gefallen. Aber das Einzige, was ich von Boto Strauß übernommen habe, war dieses Vorwort von Georges Partei, was immer in den Stuttgarter Programmheften vorne drin stand. Wenn ich tief im Herzen der Angst eine befremdliche Absurdität, leise Wachrufe, öffnet sich in der Mitte meine Schelle, sein Auge. Damit mache ich das Publikum bei mir abends für zehn Minuten mal platt. Zu mir kommt ja auch noch so das klassische Bildungsbürgertum. Die schämen sich dann ein bisschen. Aber ich begreife den Satz auch nicht. Er hat nur einen guten Rhythmus, deswegen kann ich ihn auswendig. Solange sie Partei nicht mit Ratatouille verwechseln oder mit einem französischen Gericht oder so. Würde ja auch keine Rolle spielen, weil Ratatouille kennt man vielleicht durch den Animationsfilm. Aber alles andere ist ja schon Spezialwissen, was sie auch nicht mehr verwenden dürfen, weil sie damit Menschen ausgrenzen. Stimmt es, dass ihr Schreibtisch aus der Late-Night-Show im Bonner Haus der Geschichte steht? Ich glaube in der Rumpelkammer. Ihnen liegt was am Publikum, Ihnen liegt was am Theater, Ihnen liegt was am Spiel. Darum machen Sie in Stuttgart jetzt eine Spielplananalyse. Warum und was tun Sie da? Auf jeden Fall keine Spielplananalyse machen. Das habe ich nur dem Intendanten gesagt. So ein Intendant ist ja wahnsinnig nervig. Der ruft sich ja fünfmal an, dann hat der Redaktionsschluss für sein Programmheft. Dann sage ich, du, machen wir doch Spielplananalyse. Aber natürlich mache ich keine Spielplananalyse. Das heißt halt so. Ich habe gelesen, Jean-Luc Godard hat auch mal zwei Millionen von Gebrauchtwagenhändlern in Hollywood gekriegt, weil er gesagt hat, er macht Lear mit Woody Allen als Narr. Die brauchen halt was, um in die Programmhefte was reinschreiben zu können. Und ja, ich mache das, was ich immer mache. Ich gehe raus, sage guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Diverse. Mal schauen, wie der Abend läuft. Dieses Diverse nehme ich jetzt natürlich mit rein. Das bin ich dem politischen Bewusstsein in Stuttgart schuldig. Aber Sie werden ganz konkret sich schon die Stücke vornehmen und so die Location den Ring erklären? Nein, nein, das ist viel zu viel Arbeit. Ich stürze mich auf zwei Stücke. Das eine ist, das ist natürlich als Blockbuster angesetzt vom Haus. Das ist Cabaret in der Regie Calisto Bieto. Also da geht man mit einer gewissen Erwartungshaltung an. Und das andere ist der Sturm. Und das ist natürlich gerade Peter Brook gestorben. Seine letzte Inszenierung war der Sturm so. Und das sind zwei so Eckpfeiler. Aber ich werde mich nicht mit jedem Stück beschäftigen, was da im Spielplan ist. Dazu fehlt mir die Zeit. Und das macht ja das Theater auch nicht. Gehen Sie doch gerne ins Theater? Nein. Ich gehe lieber in die Oper, ehrlich gesagt. Weil die, egal wie stark die Einfälle des Regisseurs sind, da habe ich schon die Musik als Garanten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen jetzt mit der Oper beschäftigt. Ich habe eine Übernahme gemacht als Haushofmeister in der Ariadne. Und habe in Zürich einen Abend gemacht zur Premiere vom Rheingold. Und ich bin wirklich begeistert, was Sänger heutzutage schauspielerisch drauf haben. Also das hat nichts mehr mit Standbein, Spielbein zu tun. Und ich wiege zwei Zentner und kann in der kalten Künstlerhütte die Frau nicht umarmen. Im Grunde die Besten sind Schauspieler, die hervorragend singen können. Und das Publikum hat immer recht. An der Wiener Volksoper probt Harald Schmidt gerade mit der Sopranistin Annette Dasch die Eröffnungspremiere. Die Dübari, Premiere 3. September. Einen今日 zu Ihnen bei der Wiener Volksoper, die Sie wieder an die Dokieren gehen lassen. Und ich bin eben nicht mehr. Das war so, wenn Sie dort bei der Written Favorite sein willst. Und wir sehen uns jetzt, woanders in der Chiffschaden haben, dass der Kapitel gehen will. Und so ist es nicht Recuschaden oder die Lautungen der?</ Schwenheit.